oh verdammt ich hab ihn gebraucht ich hoffe euch geht's gut mir geht's jedenfalls gut und hey und wir spielen wieder Outlast und hier sind wir stehen geblieben uns ist der Schlüssel mit diesem komischer Leiche runtergefallen und wir müssen jetzt eine Wäschekammer finden denke ich mal also müssen wir wieder runter da waren ja glaube ich diese Küche oder so da ging's nicht lang ich hoffe hier sogar genau hier ah hier waren wir schon von hier sind wir gekommen ne ok dafür brauche ich jetzt den Schlüssel ja also muss ich doch hier runter oh verdammt ich hab mich ungewandt das war ein Fehler Mist ja ok ok los geht's also und schieß an mich selbst bring dich nicht nochmal um yes yes muss doch hier lang oder hier geht's ja nach unten obwohl hier waren wir doch hier ist ja nur so ein Raum da gab's ja jetzt keinen Wäscheschacht oder so so sind die ganzen schön verschlossen dann müssen wir hier lang der steht hier immer noch was stand der jetzt ich glaub wir sind nicht richtig oder hier lang naja so in Toiletten ok wir sind nicht richtig wo geht's denn hier nach unten ah sieht gut ja das ist doch dieser Wäschedings ah guck top und jetzt muss ich wieder nach oben ja jetzt muss ich ja klar verdammt oh nein ich komm dann wieder nicht hoch ich komm dann einfach nicht hoch ja jetzt ich glaub jetzt müssen wir dann die Tür öffnen oh yes ich mach ja die Türen hier immer so gerne zu oh ne ich hasse sowas anno ja und was habt ihr heute noch vor ich jumpe hier durch die Treppen durch die Treppen ey das gibt es doch nicht ja haben wir doch geschafft so neues Ziel Folge der Blutspur ok da geht die los ja da geht die los ok dann ach Batterie da gibt auch noch ne Kamera Jim gefilte die den oh nein der schb schm schmb Was? Ich weiß nicht. Ich werde auch schon hier auflaufen. Okay, dann geht es hier lang. Denke ich, dass es da nur lang geht, ne? Nein, noch nicht. Hier? Alter! Ah, da lang. Okay. Oh, verdammt. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, ich habe wieder so Pech. Ich habe wieder so Pech. Ah, nein. Guck mal, schon wieder, ne? Ich habe das Video gerade erst, boah, gerade erst wieder angefangen. Oh, was ist das Video? Er schaut einfach vor mir. Oh, was ist das Video? Oh, was ist das Video? Oh, was ist das Video? Ich kann nicht an den vorbei! Ich kann nicht an den vorbei. Das ist doch sch... Das war's. 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 Das war's.